Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einer kleinen Ankündigung, ganz oft mal wieder ein Streamchen und zwar am 5.11., jetzt den kommenden Samstag, wird es mal wieder nach längerer Zeit einen Community-Stream, einen Community-Abend geben, in dem es rund um LOL gehen wird, gleich vorab rund um LOL. Also Streamen, wahrscheinlich werde ich Streamen anhauen, dann natürlich ein bisschen sehen, mitkriegen und so weiter oder auch sagen, hey, am I mit? Wir schauen, wie viele wir sind, was wir machen, wurde ich tatsächlich schon gefragt, also wenn ihr auch Lust habt und hier möchte ich ganz deutlich dazu sagen, Ranked werden es nicht geben, es wird es keine Ranked geben, weil zu verschieden hin und her und immer nur mit ein, zwei Spielen, nein, dadurch, dass die Season ja am 7. November offiziell endet, ist es auch wie gelutscht, habe ich schon mehrmals erzählt, Objekt und Platin 1, 2, 3, 4, 5, ist mir Wurst, ich bin jetzt Platin 2 gewesen, jetzt einfach mal ein paar Games runter auf Platin 3, das ist immer so ein schönes Schwanken, kaum bist du auf Nullpunkt, du bist gleich runtergerutscht und so auf Karun und sonstiges. Passiert eben, ist nichts Dickes und ob ich jetzt nur 3 bin und bleibe, 4, 5, nächste Season sieht jeder, ja, er war Platin fertig, ganz einfach. Deswegen gibt es normale Games, es wird ein paar einfache Fun-Runden, vielleicht einfach mal Aram wieder, habe ich eh wenig gespielt, mal Aram vielleicht. Wenn ihr wollt, mit Aufnahme und so weiter, siehste, Nico ist auch online, vielleicht wird er auch mitmachen und ganz, ganz, ganz gechillt, Musik an, kühles Getränk mit Kohlensäure, Wasser, Chips, war doch immer, einfach einen spannenden Abend, machen wir mal zusammen. Wie ihr Lust habt, wie viel wir auch sind, ob es ewig gehen wird, nicht, ich bin jetzt mal nicht so lange, bis zum 1, 2 wird es wahrscheinlich nicht gehen, einfach mal ein paar Runden, Entspannt. Für mich vielleicht auch die Chance, mal endlich, außer Ranked, mal Normal Games zu machen, in denen man auch einfach mal Champs testet, wo man sagt, machen wir nur Comp, ohne dass man sagt, wenn du Champs testest oder das halbe Team Champs testest, dann bist du auch nicht gleich auf Sieg aus, das muss man sich mal Kopf hämmern, so kann man auch mal lernen zu verlieren, bewusst. Aber man kann lernen, dass man doch vorangekommen ist. Verstehst? Ja, lol. Und das liegt an, 5.11. 19.30 Uhr circa startet das Stream. 19.30 Uhr, Samstag, 19.30 Uhr. Vorher bin ich wahrscheinlich in lol schon aktiv, also hier an. Schreibt mir vorher am besten, bitte, wirklich bitte, dass ich das schon ein bisschen planen kann oder einfach schon auch weiß für mich. Gebt mir kurz Bescheid, wenn ihr mich gerade lol online seht, weil wir uns jetzt noch nicht halt geedit haben. Einfach unter den Kommentaren hier mit reinhauen und dann läuft das den Weg. Dann weiß ich Bescheid und wir ficken die weg. Ich habe schon mit meinem Smurf-Account tatsächlich mit einem Malfight-Jungle 13 Kills geholt. Und einem Tod. Ich glaube, das würde ich gerne wiederholen. Das würde ich gerne wiederholen. Also, wir sehen uns Samstag. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Und ansonsten würde ich sagen, mach mal was anderes. Nicht immer die ganzen Videos, diese angekündigten. Ja, ja, das wird es geben. Yeah, ja, ja. Wir sehen uns. Bringt ein kühles Getränk mit. Und dann machen wir was Schönes. Bis dann. Ciao.